Kunststoffverpackungen haben wie alle Arten von Verpackungen einen Einfluss auf die Umwelt. Darüber hinaus führt Lebensmittelverschwendung jährlich zu erheblichen CO2-Emissionen. Das ist uns bei SFA Packaging sehr bewusst. Deshalb entwerfen und produzieren wir lebensmittelsichere, dünne und leichte Verpackungen aus hochwertigem Kunststoff, der zu 100% recycelbar ist und in dem Produkte lange haltbar sind. SFA Packaging entwickelt Kunststoffverpackungen für jedes Produkt in jeder Branche. Wir entwerfen und produzieren Verpackungen in jeder Form und Größe, sowohl in großen als auch in kleinen Stückzahlen. Bei SFA Packaging glauben wir an eine Zukunft, in der nachhaltige Verpackungen die Norm sind. Wir streben danach in den Bereichen Nachhaltigkeit, Innovation und Kundenzufriedenheit führend zu sein. Das Ziel? Den CO2-Foodprint zu reduzieren und Lebensmittelverschwendung zu bekämpfen. Schließen Sie sich SFA Packaging an und lassen Sie uns gemeinsam an einer nachhaltigeren und besseren Welt arbeiten. Denn gemeinsam können wir die Zukunft der Verpackungen gestalten.